3.360 Zuschauer wollten das Offset-Pokalfinale zwischen dem ETV und Vorwärtswacker sehen. Der Oberliga-Killer gegen den Oberliga-Aufsteiger, der Kampf um die Teilnahme am DFB-Pokal. ETV wie gewohnt in Rot, von links nach rechts, Vorwärtswacker in den lila Trikots. Das Spiel von Beginn an geprägt durch Kurzpass-Kombination der Eins-Büttler, die Bildstädter eher verhalten mit weniger Ballbesitz. Hier einmal eine Freischuss-Variante, Polaske mit einem ersten Warnschuss an die Adresse von Wacker-Keeper Kuschewski. Auf der anderen Seite sahen die Angriffe der Bildstädter dann so aus. Batia verdattelt die Kugel, Jolar Giza nimmt Anlauf, doch den Ball hätte ETV-Keeper Alves Lopez wohl auch mit Badlatschen gehalten. Das Team von Trainer Midderegger in dieser Phase einfach aggressiver, leidenschaftlicher, mit deutlich mehr Mut. Zickte auf den AG in Polaske, die Umkurve, Kuschewski, doch der Ball kullert am Pfosten vorbei. Die Führung für ETV war längst überflüssig, Vorwärtswacker schien wie gelähmt. Der ETV hatte die Partie im Griff, da blieb auch ein wenig Zeit für die Trickkiste. Achtung, gestatten, Serdar Batia, ein zirkusreifer Pass, den Zickte allerdings genauso schnell wie er verstolpert. Vorwärts Kapitän Kreuzer versuchte seine Jungs noch einmal zu pushen, doch auch das half nichts. Jetzt, ETV weiter mit Druck, Ruge mit dem langen Ball, die Wackerabwehr pennt komplett. Der kleine Felipe Diaz ist zur Stelle, Felipe Diaz, der Mann für die wichtigen Tore. 1 zu 0 für den ETV, 35. Spielminute und zu diesem Zeitpunkt die Führung, das muss man ganz deutlich sagen, vollkommen zu Recht. Und der kleine Giftzwerg mit der Nummer 13 vom ETV drehte jetzt so richtig auf. Verunglückter Schuss, Felipe Diaz ist da und trifft wieder. Doch Schiedsrichter Henkel zeigt es gleich an, abseits in dieser Situation, richtig erkannt vom Unparteiischen. Zweite Halbzeit, Vorwärtswacker, plötzlich agiler. Die Billstädter agierten nun vermehrt mit langen Bällen in die Spitze. Der Schuss von Ivoza, ein kleines Lebenszeichen. Langsam wurde es ein Pokalfight, Vorwärtswacker versuchte es jetzt mit Standards, denn die Zeit lief davon. Der Freistoß von Kreuzer zischt hier nur ganz knapp am Freund und Feind vorbei. Wenige Minuten später versucht es der Vorwärtskapitän noch einmal. Doch Alves Lopez im Kasten der Eimsmitglieder ist auf dem Posten. In der Folgezeit passierte nicht mehr viel. Der OZ Pokalsieger 2011 heißt ETV und das wurde gebührend gefeiert. Ich bin überglücklich. Ich habe nie daran gezweifelt, dass wir nicht gewinnen. Ich war mir so sicher, dass wir heute gewinnen. Und dann haben wir sogar in Führung gegangen. Besser geht's nicht. Besser geht's nicht. Besser geht's nicht.